heute habe ich milka pudding anscheinend ganz neu gab es für 79 cent bei penny glaube ich keinen angebotspreis habe sie trotzdem ausnahmsweise mitgenommen auf den hier habe ich mich gefreut schokopudding mit haselnuss weil das fehlt mir persönlich immer am normalen schokopudding ich bin eher so der vanille typ aber mit haseln ich weiß nicht ob das monte ist oder also so 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 ich mag den geschmack richtig gerne aber mir kommt zuvor als hätte ich den schon mal gegessen ich weiß jetzt auch nicht ob man normalen schokopudding irgendwie jetzt neu erfinden kann oder ob der von jedem hersteller von no name bis markenprodukt relativ ähnlich schmeckt schmeckt sehr gut aber ich gehe jede wette ein dass halt die die billigversion von aldi oder lidl genauso schmecken und mit genauso meine ich wirklich genauso aber wo stand denn das hat doch bestimmt der müller gemacht wo steht denn das wo steht denn das aber das muss doch immer irgendwo stehen oder und übersehe ich das gerade gut an dieser nummer kann man es theoretisch aber da muss man schon sehr analen charakter haben um das jetzt bei google einzugeben aber ich wette das ist irgendein bekannter hersteller weil milker ja keine puddingwerke haben da stand gerade mit haselnusscreme ich dachte es wäre viel geiler ich habe mich schon immer gefragt schon als ich ein kind war wenn man sowas halt kauft mit diesen schicht soßen ist das halt dafür vorgesehen dass man den komplett durch mixt damit man halt den kompletten dann halt geschmack hat oder ist das halt so mehr oder weniger zum getrennt essen wisst ihr was ich meine weil vielleicht sitzt jetzt einer bei milker und sagt nein du trottel den muss man doch erst durchmixen damit der richtige haselnuss geschmack durchkommt habe ich mich immer gefragt es gibt ja keine anleitung im internet wie man pudding öffnet und ist ja ich habe es gerade auch gemerkt und so öffnet man ein pudding gefällt mir besser als der hier aber der ist viel schokoladiger aber der hat mir haselnuss das ist ganz schwer zu sagen gefallen mir aber ich bin ehrlich gesagt durch den preis schon so verwöhnt dass mir das 80 cent für so einen kleinen becher viel zu teuer ist das ist halt irgendwie bin halt so ein aldi kind gut dann hoffe ich das video hat euch gefallen sind ganz gut aber jetzt nichts neues irgendwie revolutionäres ist mir schon mal passiert oder gut dann bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.